Guten Morgen meine Damen und Herren, Sie haben lange gewartet, aber jetzt bin ich wieder zurück. Genau so musst du ein Foto machen. Guck mal, wir gehen jetzt 500 Euro Frühstücken. Da wird richtig gemeint, wie du was rabattst, oder? Wo ist mein Bruder, Digga? Vorsicht, wenn du das live siehst, gerade wir gehen mit Hukka. Willst du das 100 Euro Frühstück oder 200 Euro Frühstück, entscheid dich. Oder bist du in deinem Brot für 50 Euro? Hier kommt mein Hochbruder, at the top, Burj Khalifa, Wallah. Hallo. We want to buy tickets. But what can I do sometimes over there? Hello, mate. Hi, mate. How are you? Bruder, ich gehe auf jeden Fall to the top. Wir gehen einfach jetzt to the top, Bruder. To the airport. Next. Ja, in Japan. Okay, stimmt. We come tomorrow. We come tomorrow. I thank you very much, yeah? Wir warten auf Bagarda. Seid mal ehrlich. Mashallah, diese Trikots, oder nicht? Digga, warum sind hier überall Insekten, Digga, ja? Aber diese Insekten sehen auch noch so elegant aus, irgendwie komischerweise. Wenn dieses Insekt sich jetzt bewegen sollte, kann es sein, dass Livestream ausrissen. Oh, das sieht aus wie ein Pfadfinder. Ich schwöre, guck mal meinen Bruder an, einfach Pfadfinder. Hello, mate. I'm an Australian guy. Hello. Nochmal, Bruder. Wenn es um Geld geht, verschippt man auf einmal Chinesisch sogar. Leute, lasst uns mal einmal bitte alle bedanken. Einmal sagt Hassan, dass er uns ausgibt. Ja, das kostet der Spaß. Warte, die Pfeife kommt noch. Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich hoffe. Wir machen eine Abstimmung, aber bitte seid ja, ja? Wallah, wer soll die Rechnung übernehmen? Mach mal eine Abstimmung. Von dem Frühstück oder von allem? Von allem, allem, allem. Hassan, er sieht so aus, als müsstest du die Rechnung bezahlen. Bis er so traurig ist, man muss am Ende trotzdem zahlen, er hat die Karten. Okay, Hassan muss jetzt zahlen, ne? Das Ding ist, Hassan will nochmal eine neue Abstimmung machen. Und ich gebe ihm, er hat jetzt kurz Zeit, eine emotionale Redezeit. Ich habe sehr viel Geld bezahlt. Wirklich sehr viel Geld. Ihr glaubt es gar nicht. Ich habe keine Deals. Ich habe auch keine Alben. Ich habe keine Musik. Ich habe gar nichts. Und die Leute gucken uns an, aber ihr juckt mich nicht. Ich wünsche euch nochmal eure Entscheidungen zu überdenken. Und die Rechnung nicht auf den Ärmsten auf. Was ist eure Entscheidung? Gebt nicht den Armen die Rechnung. Die Leute, die nichts haben, haben nichts. Bleib einfach. So, jetzt nochmal neue Abstimmung, wer soll es zahlen? Ich denke, jetzt ist sogar noch mehr Prozent auf Hassan. Oh, knapp wieder zwischen Osan und Hassan, Digga. Oh, alter Schwede. Osan, hol dein Apple Pay raus, Digga. Ich freue mich bei meinen Freunden, bei meiner Familie und bei meiner noch nicht verrundeten Frau. Danke für alles. Würdest du etwas sagen? Ich bedanke mich bei allen Leuten, die an mich geglaubt haben. Jeder von euch stand da, als ich nichts hatte. Und meine besten Freunde, die jetzt hier gerade mit mir sind, haben mich direkt behandelt. Aber ihr wart da. Nix hatte, als ich eine Rechnung planen sollte für 5.000 Euro wart ihr da. Ich bedanke mich. Und ich verlose dafür eine 10 Euro PaySafe-Karte. Aber benutzen Sie bitte Ihre Karte, nicht meine Karte. Einfach gerade, Leute. Einfach gerade so. Kannst du Hallo in Deutschland sagen? Hallo. Hallo in Deutschland. Meine Follower. Ja. Sein Name ist? Jeffrey. Jeffrey. Nein, Rapper. Rapper, Blogger, Instagram-Follower, Influencer. Was willst du? Was willst du? Oh, 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 oh. Take him. Take him. Take him all my YouTube-Dings off. Oh, oh, oh. Nein. Nein, was hast du? Ich schwirr. 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 Leute, jetzt beginnt der ganze Spaß. Jetzt. Achla, achla, achla. Jetzt beginnt der ganze Spaß. Matt muss das machen. Chat. Matt muss das machen. Er muss das machen. Einmal Fallschirmspringen. Ich bin der größte Bastard, wenn ich das mache. So, Freunde. Wir befinden uns jetzt im neuen Hotel. in unserem neuen Anwesen, was wir erobert haben. Hi, hi, hi. Also, gib dem auf jeden Fall so einen Zehner, Digga. Du wirst viele Videos machen, weil es ein Fountain ist. Du wirst es lieben. Okay. Perfekt. Wir haben größere Räume? Nein, nein. Das ist die größte? Das ist die größte. Das ist die Präsidentstraße. Kennst du Fenerbahce? Fenerbahce? Ja, du wirst nicht? Ich weiß nicht, Sir. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist das Fußballteam. Das ist das beste Fußballteam der Türkei. Ah, Türkei. Biggest Club in Istanbul. Show me the Baba Street. Welcome, welcome. Der hat sich auf jeden Fall an Zwanni jetzt verdient. Mal gucken, wie viel er noch Dings macht. Dann kriegt er einen 30. Ach, du heilige Maria. Ach, du scheiße. Das ist fucking shit. Ja, jetzt auf jeden Fall 30. Jetzt ist es auf jeden Fall ein 30er gerade geworden. Oh, Digga. 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 So ein Ding. Weißt du, was ich meine? Lack, jetzt guck ich. Puh, Alec. Puh. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall mit Dings. Ja, ist angenehm. Ist groß, Bruder. Kannst du. Ja, ja. Stell dir vor, hier lässt du den kleinen, hier lässt du den kleinen Hasan ins Weiße Haus. Oh, oh, die Badewanne, Hasan. Das ist ein Ding für dich. Oh, mein Gott. Mütstige. 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 Ist das mystic door? Ist das mystic? What is behind the door? I want to know what is behind the door. Another room. Another room? What is in the room? I want to know. This side is then fiss. Oh, yeah. We say fiss. Okay. You are my brother. You are my Bangladesch brother. Thank you so much. All the good? All the good. All the good. So, you know, you know, Ibrahim Tatlis says? Ahla, ahla. Thank you so much. Salam Alec. Was hast du denn gegeben, Kofi? Ja, stark, Digga. Stark. Digga, guck mal, hier können wir unsere Businesspläne machen. Komm, komm. Hier gründen wir die schwarze Hand. Genau hier. Aber so. Alter, ist das die Pyramide da hinten? Genau geradeaus von uns? Ja, die haben diese, also ist ein Gebäude. Pyramidengebäude. Guck mal, da ist diese, siehst du dieses Viereck da hinten? Ja, dieses Tor. Ja, Tor. Tor, weißt du was? Zum heiligen Graal. Des Todes. Was hab ich gesagt, wo wir da am ersten Tag Shisha geraucht haben? Was hab ich euch gesagt? Also, wie willst du hier hin? Ich werde hier hin. Wo sind wir? Wir sind hier. Hier. Lass mich jetzt nicht sagen, dass ich da hinten... Nein, 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 bitte, bitte, bitte. Mach das nicht. Nein, 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 alles gut. Hassan. Nein, 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 nein. Ah! Ah! Lass mich da hin. Nein, nein, nein. Da gehen wir morgen hin. Alles gut. Was machen wir? Was mach ich hier? Klavier spielen. Nein, wir legen Geld von hier bis dahin. Du störst mich gerade, Digga. Tut mir leid. Komm jetzt in die Discord-Moder-Water-Gruppe. Willst du auch diesen Lifestyle, den ich führe, dann verpasse es nicht. Es liegt in deiner Hand. Komm und ich zeig dir in ganz genau drei Schritten, wie du zum Millionär wirst. Millionär? Millionär? Millionär. Ja, der. Mein Motto. Sky is the limit. Einen. We don't know what you do, but you don't know what I do. Just do it. Meine Damen und Herren, das war's von mir. Mein Name ist ein Jimmy Jefferson und das war's von mir. War's gut, oder? War's gut? War's gut? Ja, bravo. Haben wir wirklich eine Million? Das ist ja egal. Digga, was machen wir hier? Wir wollten doch einfach nur GTA spielen, ja? Es wird Zeit, jetzt runterzukommen. Wir werden auf jeden Fall da, wo wir gerade die schwarze Hand drinnen wollten, sitzen. Und wir werden uns Gedanken machen. Gucken, wo wir Gedanken werden. Aber morgen auf jeden Fall Strand safe. Dann müssen wir halt gucken mit Bagarda und dann, äh, ja. Der ein oder andere Ausflug steht auf jeden Fall unter anderem. Ist ja einfach alles verschwunden.